So, ein Terabyte voll, ein Terabyte auch voll, was ist das? 500 MB, die ist glaube ich auch voll. So, die letzte, ein Terabyte, da ist auch nicht mehr viel Platz, ja, jetzt wird es schon eng, ne? Ja, hallo liebe Naturfotofreunde und willkommen zu diesem Video. Fünf kurze Tipps, wie kann man mehr Speicher freischaufeln und muss eben nicht noch, noch, noch mehr Festplatten kaufen und dann am Ende ganz viele Festplatten zu Hause und blickt vielleicht gar nicht mehr durch, kostet ja auch alles Geld. Deswegen will ich euch hier mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr eben mehr Speicher freischaffen könnt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, direkt am Anfang, bevor wir in die einzelnen Tipps einsteigen, es ist eigentlich eher so ein bisschen eine Erinnerung an eure eigene Disziplin, was ihr wahrscheinlich schon wisst, aber es vielleicht nicht umsetzt, deswegen nehmt das Ganze einfach mal als kleinen Denkanstoß für bereits Bekanntes, als Wiederholung. Ein, zwei Sachen sind vielleicht dabei, wo ihr von selbst noch nicht drauf gekommen werdet, wo ich auch selber vor kurzem erst drauf gekommen bin, dass das eine ganz gute Lösung ist, um eben nicht noch mehr kaufen zu müssen, sondern mit den Bestehenden erstmal arbeiten zu können. Ja, wir steigen direkt ein, oder? Was ist Tipp Nummer eins? Erster Tipp, ganz banal, weniger fotografieren. Und keine Sorge, damit meine ich jetzt nicht, dass ihr nicht mehr rausgeht und weniger Touren macht, weniger Ansitze, weniger Fotoreisen macht. Davon wollen wir natürlich immer mehr machen, das ist ja klar, das will ich niemandem ausreden. Was ich damit konkret meine ist, wenn ihr gerade als Tierfotografen vielleicht in eurem Ansitz seid, auf eurer Piersch seid, dass ihr wirklich nicht, so wie ich es früher gemacht habe, wenn mal ein Vogel kommt, mit 20 Bildern die Sekunde einfach durchballert, sekundenlang und irgendwie von einem Vögelchen auf demselben Ast am Schluss 80 Bilder habt, fotografiert einfach ein bisschen sehr tiefer. Natürlich, wenn ihr gerade schnellere Motive fotografiert, Vögel zum Beispiel, andere Tiere, die sich sehr schnell bewegen, natürlich fotografiert man da mit Serienbildmodus, aber macht es vielleicht mal so, dass ihr immer nur eine kurze Burstsequenz abfeuert, von eurem Serienbild, also immer nur 4, 5 Bilder am Schnitt, Kamera kurz rechnen lassen, Szenerie weiter beobachten, vielleicht nochmal 4, 5 Stück und das war es dann auch. Und nicht einfach stur, willenlos durchhämmern, wenn natürlich eine ganz seltene Art kommt, mit Action, die ihr vielleicht nie mehr sehen werdet, dann könnt ihr auch mal durchhämmern. Aber einfach ein bisschen sektiver fotografieren, euch selber mal in die eigene Nase packen und eben nicht so viel Bilder machen, sondern irgendwann auch erkennen, okay, ich habe jetzt wahrscheinlich 40, 50, 60 gute Bilder von dieser Kohlmeise, wenn die jetzt heute wieder noch 20 Mal kommt, dann kann ich es vielleicht auch mal bleiben lassen, weil es wird wohl kaum noch besser werden. Der zweite Tipp schließt sich an weniger Fotografieren an, nämlich einfach härter und viel radikaler selektieren. Ihr dürft einfach nicht so viele Bilder aufheben von euren Shoots, wirklich nur die allerbesten Bilder aufheben. Ich habe dazu ja auch bereits ein Video gemacht, das leuchtet jetzt hier oben auf und ich verlinke es euch auch noch mal unten in der Videobeschreibung, wo ich meinen kompletten Workflow von, ich komme mit einer vollen Speicherkarte heim, zu, ich habe meine besten Bilder in meinem Bildbearbeitungsprogramm katalogisiert und bearbeitet. Also wie komme ich da hin, habe ich euch noch mal erklärt. Und in dem Video werdet ihr sehen, und das ist jetzt auch der Tipp an dieser Stelle, ihr müsst wirklich härter selektieren. Ich sehe so viele Leute, die irgendwie 800 Bilder machen an einem Tag und davon 600 aufheben, weil sie jedes Bild, was auch nur annähernd scharf ist und vielleicht irgendwie noch was sein könnte, aufheben. Nein, ihr müsst wirklich hart sein, krass selektieren. Wenn es euch innerhalb von zwei Sekunden nicht anspricht, das Bild einfach löschen. Von derselben Szenerie immer nur ein Bild aufheben und keine 20. Einfach seid hart, seid hart zu euch selber, löscht den ganzen Schmodder und geht vielleicht, auch wenn ihr euch jetzt bei einem aktuellen Shooting, das ihr vielleicht gerade gestern gemacht habt, noch nicht sicher seid, ob ihr jetzt wirklich alles schon löschen wollt, was nicht 100% ein Banger ist und vielleicht eher noch auf sicher geht, ein bisschen was aufhebt. Vielleicht fängt euch ja irgendwie in ein paar Wochen noch was ein, was ihr vielleicht noch bearbeiten wollt, ist alles okay. Aber dann geht mal, das habe ich vor kurzem gemacht und da habe ich enorm viel Speicherplatz freigeben können, geht mal mit ein bisschen zeitlichem und geistigem Abstand nochmal in euer Archiv rein. Sprich, wir haben jetzt 2024, guckt ihr mal, deine ganzen Ordner von 2022, 2021, 20, je nachdem, wie weit es zurückgeht, an. Und geh da doch mal kritisch durch. Da hast du ja die Bilder wahrscheinlich alle schon irgendwie durchbearbeitet und schau dir wirklich mal alle Bilder an, die du noch nicht bearbeitet hast. Kannst du ja in Lightroom oder anderen Programmen zum Beispiel filtern. Und wenn du merkst, ey, die habe ich jetzt 2, 3 Jahre nicht bearbeitet, die ganzen Raws, wahrscheinlich mache ich es jetzt auch nicht mehr. Weg damit, löscht den ganzen Schmodder und dadurch wirst du sehen, dass du enorm viel Speicherplatz freigibst, wenn du einfach hart bist in der Selektion. Dritter Tipp ist, nicht mehr in RAW zu fotografieren, sondern wenn eure Kamera das unterstützt, schaut gerne mal im Einstellungsmenü eure Kamera bei der Einstellung, wo man eben die Bildqualität zwischen JPEG und RAW und den einzelnen Abstufungen auswählen kann, ob eure Kamera das C-RAW-Format unterstützt. Denn das C-RAW-Format ist auch ein RAW-Format, was qualitativ keinen Unterschied macht zu dem eigentlichen RAW-Format, aber die Dateien, die einzelnen Bilder sind von der Dateigröße her wesentlich kleiner. Ich frage mich, warum hat man das denn nicht einfach in das normale RAW-Format einprogrammiert? Warum muss man ein neues Format aufmachen, das C-RAW heißt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls könnt ihr euch merken. Schaltet mal von RAW auf C-RAW um. Ihr spart jedenfalls ganz viel Speicherplatz und Dateigröße, aber ihr verliert keine Qualität bei den Bildern oder vielleicht verliert ihr 0,1% oder 2%, aber nicht so, dass es ins Gewicht fällt. Ich habe das jetzt eine ganze Zeit lang mal getestet. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Ich habe immer noch eine sehr gute Bildqualität. Also sprich, probiere das einfach mal aus, falls eure Kamera das unterstützt. Und wenn nicht, dann beherzige die vorherigen Tipps und die nachfolgenden. Bleibt bei RAW, dann passiert auch nicht viel. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Der nächste Tipp, den habe ich bei mir auf dem Dachboden gefunden. Und zwar meinen alten Windows-PC, mit dem ich früher bearbeitet habe. Ich bin jetzt hier seit 2021, glaube ich, ausschließlich auf meinem MacBook unterwegs. Ich habe einige externe Festplatten, weil ich da drin eben jetzt nicht so viel internen Speicher habe. Auch wenn ihr jetzt kein MacBook habt, aber überlegt mal, der aktuelle Rechner, den ihr habt, ob das ist ein Laptop ist oder ein Tower-Rechner, ist ja egal. Wenn der ziemlich voll ist, habt ihr vielleicht noch einen alten Rechner, den ihr früher benutzt habt, der irgendwo noch im Keller rumsteht. Ich habe zum Beispiel meinen früheren Rechner, der hat zwei Terabyte internen Speicher, noch auf dem Dachboden stehen. Der funktioniert auch noch gut, ich benutze ihn nur nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe den Rechner runtergeholt, noch mal angeschlossen, habe alle Daten, die ich nicht mehr brauche, alle Programme runtergeschmissen. Und siehe da, ich habe nur noch das Betriebssystem drauf, ein, zwei Programme, die man halt so braucht. Und ich habe fast zwei Terabyte leeren Speicher gewonnen. Und den benutze ich dann zum Beispiel, um meine Datensicherung da drauf zu spielen oder noch mal eine Sicherung von der Sicherung von den ganz wichtigen Dateien zu machen. Sprich, ich habe meine wichtigsten Bilder intern oder auf einer externen Festplatte sind meine Bilder. Eine andere externe Festplatte ist mein Backup von den Fotos. Und den alten Rechner habe ich jetzt noch mal genommen als Backup vom Backup, falls wirklich beide externe Festplatten verrecken. Wenn ihr nicht ganz so paranoid seid, könnt ihr auch nur einen Backup fahren. Aber eben überlegt euch mal, wenn ihr entweder noch einen alten Rechner habt oder keinen mehr habt, fragt einfach im Bekanntenkreis rum, ey, wer hat denn noch einen alten PC zu Hause stehen, den ihr einfach nicht mehr braucht? Oder den ihr vielleicht irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja auch Firmen, die ihre PCs aussondern, wo man die irgendwie für 20 Euro oder sowas kaufen kann. Das Ding muss ja nichts können, außer angehen, nicht vollkommen mega langsam sein. Und das war's. Und ihr könnt ja auch irgendwie ein paar günstige Festplatten noch nachrüsten, wenn ihr da bis in Firmen seid und euch dadurch sehr einfach für sehr wenig Geld einen riesen Datenbunker aufbauen, der sonst einfach nur zustauben würde. Auch mal vielleicht probieren, wenn ihr da die Möglichkeit habt und das machen wollt. Und der letzte Tipp ist, das schließt so ein bisschen den Kreis von mehr löschen, härter selektieren und den alten Datenbunker rausholen. Überlegt euch mal, was ihr außer euren Bildern und Videos als Fotografen, die ihr seid, noch so an Daten habt. Sind das vielleicht irgendwelche uralten Dokumente, die ihr nicht mehr braucht? Irgendwelche uralten Filme, die ihr euch vielleicht vor grauer Vorzeit mal irgendwie aus dem Netz zusammen rauskopiert habt. Ist das vielleicht irgendeine Musiksammlung, die ihr heute in Zeiten von Spotify, Apple Music und Co. vielleicht gar nicht mehr braucht? Gut, bei Musik, ja. Bei Musik wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich hüte meine MP3s auch dreifach gesichert, wie mein Augapfel, weil da viele alte Schätze dabei sind, aber sei es drum. Anderes Zeug, was nicht mit Fotografie zu tun hat, was aber einfach nur euren Rechner zumüllt und was ihr gar nicht braucht. Es gibt ja auch Programme, die euren Rechner regelmäßig durchleuchten nach irgendwelchen Caches, die man lernen kann, nach solch dem Datenmüll, der angesammelt wird. Gerade auf Windows-Rechnern kommt da sehr, sehr viel zusammen, wo ich gerade Spotify erwähnt habe. Wenn du mal ein Jahr Spotify hörst, auch wenn da nichts offline gespeichert ist, da sammeln im Hintergrund so viel Cache an, den man mal lernen kann. Da gibt es entsprechende Programme, wie zum Beispiel den C-Cleaner. Verlinke ich euch unten auch mal. Unbezahlte Werbung. Gerne mal probieren, wo man den Rechner sauber machen kann. Oder einfach mal manuell eingreifen und sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwelche uralten Videos, wo ich vor 20 Jahren mal irgendwie meinen Onkel gefilmt habe, wie er, keine Ahnung, sein Wohnzimmer renoviert oder was auch immer. Also mit dem eigenen Datenbestand, auch nicht fotografisch, was ihr privat noch habt, einfach mal kritisch ins Gefecht gehen und ihr werdet sehen, ihr werdet so schnell so viel Speicherplatz freigeben. Und wenn ihr all die Tipps kombiniert, wie ich euch eben gesagt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr in absehbarer Zeit vielleicht keine neuen Office-Platten kaufen müsst, sondern mit dem haushalten könnt, was schon da ist. Alrighty. Soviel mal dazu. Gerne mal kommentieren. Was habt ihr noch für Ideen, für Speicherplatz freizugeben? Vielleicht ist mir auch eine, die jetzt nicht eingefallen. Kann natürlich sein. Ich freue mich auf die Interaktion mit euch. Gerne den Kanal abonnieren, wenn euch dieses Video gefallen hat. Es gibt viele weitere Videos rund um die Naturfotografie hier auf diesem Kanal. Und wie immer ist es mein Anliegen, eure Bilder besser zu machen und auch euren Workflow effizienter zu machen, dass ihr einfach mehr Zeit habt für kreative Arbeit, für draußen sein und nicht für Verwaltung und Rumgewurschtel und Dateien hin und her schieben. Und last but not least, schaut euch auch gerne mal dieses Video hier an. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit einem kostenlosen und einfach zu bedienenden Programm, das ich euch in diesem Video zeige, eure Festplatten synchron halten könnt. Sprich, ihr habt die interne Festplatte und die externe, wo eure Sicherung ist, aber ihr arbeitet auf der internen weiter, ihr löscht Bilder, ihr fügt Bilder hinzu, ihr bearbeitet Bilder, ihr verschiebt Bilder und irgendwann wisst ihr gar nicht mehr, oh, was von dem internen alles ist denn auf der externe drauf und was nicht. Und das Programm löst dieses Problem für euch, indem es immer gleiche Verhältnisse herstellt. Super geil, schaut es euch an und in diesem Sinne, peace out und ciao und bis zum nächsten Video.